Hallo Leute, die Chaos Crew begrüßt euch wieder ganz herzlich an Bord des Nooboots und nimmt euch mit auf eine spannende Reise zum Meeresgrund. Wieder mit dabei sind Hoshi, Speedy und Siffy. Welches Abenteuer uns diesmal erwartet, seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Fällt noch wer? 1, 2, 3, 4, ne? Sind alle da. Alle da. Dann starten wir mal. So, neue Runde, neues Glück. Das glaubst du selber nicht, ne? So, da haben wir das, Gegner. Gegner auf 110. Du tauchst ja gleich ab und ich bin rausgegangen. Zum Glück kann man automatisch wieder rein. So. Ich gehe jetzt runter zu den Torpedos. Oder ist da schon jemand? Ja, ich bin da gerade. Ja, ich kann ja auch einen reinmachen, oder? Ja. So. Ich meine, ob es passiert? Weiß ich doch nicht. Gut. Warum weißt du das nicht? Schauen wir mal. Weil ich keine Anzeige dafür habe. Gut. Ich muss aber auch 120 fahren, wegen den Minen. Ja, gut. Wir sind nicht auf der erste Coop-Dip, glaube ich. Ganz schön laute, alle Diesel. Boah, sind das viele Minen. Ja, guck doch, ob alles gut wird. Du fährst da auf eine Mine zu. Klar nicht. Ich fahr rechts dann vorbei. Ja, dann ist ja gut. Gehst du mal auf der Periskop-Tiefe? Haben wir noch. Ach, haben wir. Okay. Ich glaube, ich kann einfach rein auf das Periskop. Ich glaube, ich spinne, ey. Was? Was machst du denn hier? Da ist das Schiff. Logg's lieber an. Hast du gelockt? Ja, warte, warte. Ja, der ist wieder verloren, oder was? Das siehst du ja, wenn der da gleich die Anzeige umspringt. Ja, jetzt. Top-D, abgefeuert. Hier ist Wasser, hier ist Wasser. Oh, hier ist ja alles voll. Hier ist ja alles. Haben wir noch ein Schweißgerät? Das ist kalt, oder? Das ist doch kalt. Das ist ein Atemgerät. Ach, Mann. Das kriegst du echt nicht rein? Ich glaube nicht. Kann man nach unten flog werden. Weiß. Ja. Oh. Kein Schweißgerät. Äh. Die wird auch gar nicht gepumpt. Scheiß. Das dauert noch ein Weiß. Oh, das ist das Setting ständig. Hier, nimm mal. Die Pumpe geht davon automatisch ja nicht. Nein, die geht aber langsam nur. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wie schnell ich das kann. Ach, die Arme. Nein, ich weiße doch, das Loch ist doch noch nicht zu. Guck doch mal. Also, ich hab ja auch noch nicht da. Das Wasser ist kalt. Das 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 ist kalt. Oh, es sind jetzt noch Löcher. Wo sind jetzt noch welche? Pump doch schneller. Das ist kalt. Das ist kalt. Das ist kalt. Oh, haben wir noch irgendwo was? Wir sind trocken, wir sind trocken. Oh, wo ist der Gehtner? Oh, ey. Cool. Oh, ich dachte schon, wir sagen wieder den Fischen Hallo. Oh, wo, wo? Wer dreht denn hier den Harni zu bei den Torpedodingern? Das gibt's doch überhaupt nicht. Wer ist denn im Torpedorob? Ich bin da diesmal nicht. Gehen wir mal auf Periskoptiefe? Ja, wir steigen langsam. Wir sind schon dabei. Gut, auf 135 müsste es ein Ziel sein. Ja, sehe ich. Ich hab sie schon drauf auf dem Radar. Aber da kann ich nicht langfahren, da sind Minen. Auch gut. So, wir müssen gleich Wasserkante erreicht haben. So, 135 hab ich gesagt, ne? Da ist es doch. Und Feuer! Uh, da fliegt er. Ist noch jemand bei den Torpedos unten? Nein. Wenn drei hier im Steuer sind dann. Und Feuer! Aber auf wen hast du denn geschossen? Die kreiseln ja gar nicht. Da sind drei Schiffe. Die sind aber auf 130. Die fliegen doch auf 160. Was? Die Torpedos schwimmen alle geradeaus. Ich hab die doch im Visier. Könnt ihr einloggen. Ne, die sind alle geradeaus. Jetzt warte ich mal. Jetzt hab ich drei abgeschossen. Mal gucken, was passiert. Alle dran vorbei schon. Aber wir fahren Richtung 130. Welche Richtung fahren wir gerade? Nein, wir fahren Richtung 180. Ach, sag mir das doch. Das Nachtüber mach ich Richtung 130 fahren. Ja, die ganze Weile nicht. Warum bist sie hier? Ich habe nicht gemerkt, dass du da bist. Gerade er ist dazu gestoßen. Achso. Was machen wir denn überhaupt? Ich habe über 60 Knoten. So und schon haben wir es wieder nachgeladen, das ist gut. Ich gehe mal hoch wieder. Wann kommen wir auf 135? Ich bin nervös. Weil wir an den Minen vorbei sind. Ich will was nachher abschießen hier. Was? Sind wir oben? Zuhause? Ich gehe mal raus. Ja, das ist eine gute Idee. Ach, ist das schön. In die Richtung, wo das Boot fährt, sehe ich noch drei Schiffe. Flugzeug, Flugzeug, tauch ab, tauch ab. Ich treffe es doch eh nicht, ich kann es nicht treffen. Ich habe es, ich habe es getroffen, ich habe es getroffen. Ich habe es getroffen. Weiter los. Jetzt hast du es getroffen, jetzt wo wir abgetaucht sind oder was? Ja. Er taucht wieder auf. Der sicher ist sicher, oder? Was machen die Schiffchen da? Machst du sie kaputt? Warum, warum ist denn der Torpedo keine Bogen geschwommen? Ich kann es ja noch mal versuchen. Ja, versuchen wir noch mal. Und schießen. Lädst du die Torpedos nach? Der ist wieder geradeaus. Was? Ich kann es dir nicht sagen. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Kann man die Schiffe auch mit der Waffe hier zerschießen? Nein. Ich glaube nicht so richtig. Okay. Jetzt fahren wir auf die Schiffe zu. Echt? Ja, ein Stück, also wenn du noch ein Stück nach links fährst. Also auf eins halt, ja, jetzt fährst du genau auf die Schiffe drauf zu. Zumindest auf das rechteste Schiff. Das rechte. Das da. Auf 135 oder was? Ich stehe jetzt oben. Ich hatte mir keine Gradzahlen. Ja, benutzt du überhaupt den Computer? Ähm, dreh dich noch mal ein bisschen nach links, dann hältst du genau drauf. Also wir jetzt kommen den Schiffen ziemlich dicht, ne? Du hast doch ein Zielcomputer am Periskop. Ja, zum einloggen, den meinst du doch, ne? Ja. Ja, mach ich. Ich logge das Target. Jetzt ist es gelockt. Kalkulativ firing zu nutzen. Wenn er die fertig hat, musst du schießen. Ich glaube, das fliegt genau auf das Schiff zu. Es spinnt. Erst wenn er die Kalkulation fertig hat, dann darf ich... Null geschossen. Äh... Siehste, guck mal, getroffen. Ja, siehste, das ist getroffen. Ich hab's gesehen. Ich komm mal mit raus. Fällt dir mal Torpedos? Wieso haben wir keine mehr? Einen noch jetzt. Soll ich den Torpedoraum? Wer trifft? Ja oder nein? Ähm, ja. Yay, bumm. Noch eins getroffen. Ich geh runter, ich geh runter. Jetzt mach doch zu die Kacke hier, Mann. Jetzt hab ich die Flasche gekrissen, verdammt. Hehehe. Siehste, jetzt kommt doch noch ein Boden. Hier ist Wasser unten, hier kommt Wasser rein. Wieso kommt da Wasser rein? Ja, weil hier Wasser unten drin steht. Komm mal weg. Du streichelst doch die Pumpe nur. Ja. Ja, im Gegensatz zu den Torpedos, die ich nicht streichel. Das haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Achso. War's das? 132. Da ist nichts mehr, oder? Hä? 132. Sehe ich nix. Der muss aber Hydroskop hier den Hydrofon nehmen, oder so. Ja, sag ich ja. 132. Ah, jetzt ist es weg. Das war wahrscheinlich das Signal vom Grünken im Schiff. Auf 110 wird jetzt doch was sein. Mann, die sind... Warum hab ich jetzt nicht da? Ich sehe es schon. Nein, das ist das Wetter. Und Hebel wieder zurück. Den mach ich erst später immer zurück. Hier. Einbruch. Pass auf. Oh. Hier oben, hier oben. Warum? Aber man kann das auch nicht zuhalten. Ja, es ist jetzt trocken hier. Auf Kurs 110, ne? Ja. Weil du gerade Kurs 70 fährst. Ach, das so? Nein, oder was? Nee. Hm, keine Ahnung warum. Wo kam jetzt das Wasser her? Na, aus den Löchern in der Leitung, da. In dem Rohr. Wo kam ich? Jaaaa. 112 Kurs. Da müssen wir aber eher 120 fahren, ne? Das überlasse ich dir. Jetzt kommt da wieder Minen. Das ist doof. Ich kann nur sagen, wo das Signal herkommt. Ja, und Torpedes sind geladen. Ganz aber agieren wir so fast wie ein Team, oder? Wie lockt man denn hier so ein Ding? Einfach an diesen Hebel drücken, wenn man auf das Teil guckt? Wenn du drauf guckst, dann taucht hier vorne ein grünes Licht auf. Dann kannst du den einloggen. Okay. Dann erscheint hier vorne eine Berechnung. Und sobald du fertig bist, kannst du jeden Torpedos absteuern. Hm, weil das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Und hier am Hydrofon guckst du halt einfach, wo das Signal ist. Das verstehe ich nicht. Hier, Achtung ist das Signal. Das ist so angezeigt. Ja. Wenn ich in die Richtung fahre, ist es gut da. Jetzt lenke ich weiter und da ist das Signal. Auf 118. Ungefähr. Ah, cool. Das ist die Richtung, die wir fahren müssen. Mach da doch. Ja, ich erkläre es mit dir gerade nur. Und auf 118. Und wenn ich jetzt hier das Ding auf 118 drehe, müsste ich dann einfach einen Feind sehen, oder wie? Ja, aber da müssen schon ein Stück sein. Ich sehe da nichts. 120 jetzt. Hier draußen sind die dran. Deiner ist bei 135, Deiner ist bei 128, Deiner ist bei 118. Oh. Hier ist ein Loch drin irgendwo. Ich höre das Wassereinbruch. Ja, ist auch. Ich logge jetzt ein Target. Ne Flugzeug kommt. Ja, ich komme schon nicht hier. Da ist noch ein Loch. Ähm, hier in meinem Raum ist ein Loch, da ist ein Lass drin. Oh, da sind zwei Löcher. Scheiße, wir saufen ab, wir saufen ab. Ich brauche das Schweißgerät, ich brauche dich unbedingt. Ja, das ist gut, aber das ist auch jetzt besser. Ich brauche das Schweißgerät. Das ist ein Schweißgerät. Ja, das ist ein Schweißgerät. Oh! Habt ihr das Bredding verloren, verdammter Geld? Ja, das gibt's ja. Ey, das ist sechs Schiffe. Könnt ihr bitte schnell pumpen? Pumpe von mir nicht. Pumpe ist automatisch oder nicht? Aber mir kann jeder Tank schneller, meint ihr nicht? Oh, Scheiße, hier ist schon alles voller Wasser. Ich seh nichts mehr, ich seh nichts mehr. Das sind Pumpe. Hä? Was mach ich denn jetzt? Ja, aber ich steh schon mit dem Kopf im Wasser. Hä? Ja. Ich steh mit dem Kopf im Tereskop, das ist dein Problem. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ich weiß, alles verschwommen worden. Ach so, hier steht schon das Wasser drin. Oh Mann, ey, sag doch das gleich und guck nicht die ganze Zeit zu, wie ich hier denke, hier trägt. Nein, meine Controller sind leer. Das ist gut. Wir sind bei 25 Metern. Ach so, cool. Ich bin schon dabei. Ich bin nur noch der Einhändige. Das macht nichts. Ich mach einfach weiter. Ich mach einfach weiter. Da sind sie. 140 ungefähr. Ja, ja, ich seh schon. Komm, 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 schneller, 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 schneller. Feuer. Vielleicht den nächsten anvisieren. Ja, bin schon dabei. Oh. Ah, der Kopf ist da drin. So, jetzt hat es mein 2 in der Aura aufgegeben. So, ich kann jetzt so ein Glück zugucken. Hast du keine Powerbank? Nee. Geh mal in den Kapitos laden. Ach, ist schon jemand. Gut. Bin ich, bin ich. Ich muss, ich kann hier nicht weg sonst. Fahr mal in die nächste Mine rein. Na ja, mach du mal. Ah. Sag mal, ich dachte, du schießt auf unterschiedliche Schiffe. Dachte ich auch, tue ich nicht. Nee. Der zweite Torquette ist daneben gegangen. Hä? Der dritte auch. Der vierte ist gerade ausgeschwommen. Kann doch nicht angehen. Also nochmal. Anvisieren. Loggen. Verrechnen. Und Feuer. Hallo, Feuer. Dann bleib offen hier. Boah. So, rein mit dir, rein mit dir. Da kommt der Torpedo. Treffer, oder? Ja. Müssen wir drei versenkt haben. Das ist auch weg. Da. Pass auf, ich dreh jetzt ein bisschen. Ja, ich merke es gerade. Ah. Was jetzt passiert? Gut. Warte, warte, warte. Hö! Ja. Wie geht das hier? Was ist warm? Ich habe hier ein bisschen geschwollen. Ach. So, meinst du mir ruhig nicht gemacht? Dann habe ich es gehört? Ja. Der ist wirklich rvc. getroffen das große geht unter ok und das kleine sollte es auch untergehen die kleinen brauchen nur einen er fühlt es vorbei? ja ich glaube es ja nicht schieß doch nochmal drehst du irgendwie gerade? ja ich habe aber nach dem schluss abgewartet ok ja jetzt scheint noch zu treffen wie es aussieht ja ja da sind noch zwei übrig oder was? ja da ist noch ein 102 warte der 1 ist noch knapp 160 und das andere müsste ja das habe ich gerade warte achso auf 160 das habe ich jetzt gleich ich hoffe der trifft das hat ganz schön speed drauf ah 22 komm 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 Ja und das andere? ja sind jetzt noch zwei auf 150? zwei auf 150? oder eins? Ich sehe momentan gar keins, muss ich gestehen. Ja komm doch mal zu meinem Radar, da ist noch eins. Ah hier, 135 ist noch eins, ja. Oder so. Na gut. Ah, das ist knapp. Ah, das war's, wir haben's geschafft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Schaut auch mal bei Hoshi, Ziffi und Speedy vorbei. Die Links zu den Kanälen stehen in der Videobeschreibung. Wenn ihr mal Lust habt mitzuzocken, dann besucht den Discord der deutschen VR-Gemeinde. Dort spielen wir viele verschiedene Spiele. Ihr solltet mindestens 18 Jahre alt sein und ein VR-Headset besitzen. Den Link zum Discord findet ihr auch unter dem Video. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ich bin ein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020